Musik Wenn der Tarifvertrag von 93 gelten soll, sieht das nicht gut aus für uns. Ich will heute Antworten hören hier. Der Vorstand, der lässt uns Wochen, Monate lang im Unklaren, was wir eigentlich wollen. Und wir sind stinksauer. Ich bin wirklich sauer. Ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll. Also wenn ich könnte, ich würde sowas von den Arsch treten, den Vorstand. Ehrlich, ganz ehrlich. Und ich habe auch keinen Bock jetzt auf Sachfragen. Ganz ehrlich. Ich bin stinksauer. Sichere Projekte, sicherer Arbeitsplatz, das wollen wir. Also, dass es weitergeht. Und dass der Vorstand vor allem sich Gedanken macht, wie das weitergeht.